herzlich willkommen zurück zu meinem unserem let's play survival evolved von studio wildcard hier zurück in meiner angefangenen kleinen bruchbude ist es doch schon wieder zu hell genau den da mal kurz eingeben und da sieht es doch schon wieder besser aus was wollte ich denn wollte ich nicht hier noch weiter machen wir gucken mal hier rein ja hier vorne muss ich doch noch und so hier kann ich doch nicht offen lassen aber was baumann hier ein gibt sind einheit im winter gibt es denn hier so was wie fenster zeigt doch mal oder einfach freilassen was habe ich denn alles noch nicht gelernt so viel noch zu lernen ja irgendwann brauche ich alles mal im solo pläne fiumia sattel stehende fackel nein das nicht das nicht das nicht das nicht das nicht das nicht dann power ich habe keine gangen und schild im schild nein nein grabstein möchte ich auch nicht haben würden wohl ziehen eine leiter wäre schon mal nicht schlecht wie viel kostet die 5 ich habe noch 5 und und ihr wollt wo waren wo den seligen habe ich das übersehen aber 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 kann ich nicht weil ich für den zwingen brauche wo den spike war cool ist und die organischen Pipen ist auch cool. Manu. Aber, 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 aber. Nee, hier unten ist es ja klar, dass ich das noch nicht kann. Ich sehe es immer noch nicht. Ich bin blind. Ich muss von oben nach unten alles lernen. Damit ich hier weiß, dass ich alles habe. Fertig rufen. Das kann schon mal nicht schaden. Jetzt habe ich sowieso nichts mehr. Los, raus. Kräftepelze. Haben wir alles, wurden wir. Wundenfoundation, genau. Aber die konnte ich ja dann vorne auch nicht mehr dran bauen. Nee, aber ich hätte gerne. Genau. Kräftemal. Wie sieht denn das aus? Was? Nein. Nein. Ach, muss ich es wieder kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ablegen kann. Verdammt, Axt. Aber es gab halt. Dann kann ich es nur wieder... ...was... ...kaputt machen. Naja, ich kriege wenigstens ein bisschen was wieder. Nein, immer noch nicht. Was war's? Ach ja, hier. Siehste. Kräftepelze. Kräftepelze. Nein. Hier, mach's doch. Bau nochmal. Krieg ich gleich noch ein Level-Up. Ja, ja komm. Immer noch aus Welt. Wir haben noch keinen Dino. Den muss ich mir auch noch besorgen. Ach, Mann. Jetzt geht der ganze Mist wieder von vorne los. Oder ich lerne einfach alles. Wut und zwingen. Hier ist es. Komm, Standing Torch. Da können wir dann draußen facken stehen. Schild will ich immer noch nicht. Ach, ich habe doch sowieso nur noch zwei Punkte. Ja, dich hätte ich gern mal. Aber da ich ja weiß, dass ich bei sowas draufgehe. Nein, das ist es immer noch nicht. Ich spiele zu viele Spiele. Ich komme hier mittlerweile durcheinander. Und wo ist denn die Sellingen? Ja, jetzt erstmal gesteckt. Die Seeds wegpacken und das Fleisch brutzeln. Put mal in das Feuer. Was? Ja. Weißt schon, was ich meine. Stemberg sieht. Ja, über ein gewagnenes Taxi schreist aus. Hier finde ich doch wieder was. Außerdem können wir in das Inventar. Das rausnehmen. Ach ne. Das mit dem Holz. Das war wohl nichts. Doch, packen wir einfach hier rein. Wir packen hier noch mehr rein. Nein, darf ich nicht. Wie sieht es denn mit dem Essen aus? Mhm. Muss ich erst rüber nehmen zum Essen. Use Item. Ja, bauen wir die beiden bitte fertig. Und... Was kann ich denn am liebsten? Wollte ich hier alles rausnehmen, verstehst du? Hatten wir nicht Fett schon irgendwo mal hingepackt? Fiber. Kann ich mir immer wiederholen. Mit Schott. Da ist es in der Mando. Blind ist er auch noch. Narko-Parries könnte man noch gebrauchen. Wasser sieht nicht gut aus. Wieso habe ich da unten... Ach so, ja. Ich habe zu viele Managers. Naja, lauf da oben schon mal weg. Du weißt, was dir gleich blüht, war. Ja, das war jetzt keine Absicht mit dem Ausmachen, aber... Wir erzählen es mal keinem. So, Kohle hier rüber. Dann kann ich die Steine... Lauf, Mann! Hab dich nicht so eckig. Die nehme ich mit. Die Steine packe ich hier drauf. Fetsch nehme ich mit. Das nehme ich mit. Die Foundation könnte ich nirgendwo dran setzen. Die Kohle nehme ich mit. Holzkohle sozusagen. Essen habe ich. Trinken muss ich noch. Und währenddessen... Könne ich hier auch schon mal... Ja, ein bisschen krabbeln. Krabbeln, krabbeln. Ein paar Bären sind auch schon mal nicht schlecht. Dann füllen wir mal auf das Wasser. Genau. Dann rennst du mal bitte wieder zurück. Und dann gucken wir mal, ob wir hier vorne sogar noch ein bisschen was hinkriegen. Nämlich... Dann können wir den da mitmachen, ne? Was hältst du denn davon? Komm! Sieht ein bisschen höher aus, aber... Könnte man so als Terrace erstmal machen. Jo, bauen wir gleich noch ein. Komm. Haben wir wieder nicht mehr einstecken, oder was? Nein. Was brauche ich denn? Ach, das Holz habe ich ja weggepackt, ne? Oh, Fetch. Fiber haben wir ja noch da in Massen. Aber Fetch? Habe ich hier Fetch irgendwo in den Kisten? Hier habe ich doch nur die Seeds drin, ne? Fetch? Nein, Fiber. Fiber, Fiber. Fetch. Keine Fetch mehr. Oh. Fetch holen. Jo, nehm mal. Ne, nimm mal das nicht in die Hand. Wir gehen da vorne mal... Holz hacken. Holz hacken. Fetch hacken. Fetch und Holz. Holz haben wir ja da. Holz werde ich jetzt bestimmt ein bisschen mehr brauchen. Nein, das. Nein, das. Siehste, geht doch. Das sieht aus. Tock, 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 tock. Kennen wir doch schon, ne? Aus einer anderen Folge, ne? Aus einem anderen Spiel. Tock, 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 die Eisenbahn. Das Lied ist so gut vor, sagt mir gleich die Stimme. Will, will mit zur Oma fahren. Komm, guck mal hier die Stänge aus. Immer wieder. Fetch. Und Fetch. Sprint und Fetch. Wut. Ich wollte gerade eine Pause machen, ja. Aber dazu gleich noch ein Leck. Ich wollte die Energie mal ein bisschen aufwägen lassen. Jetzt kannst du auch mal wieder umschränken. Auf ein wenig im Wald. Mach's auch kaputt. Was bist du hier vor? Kann man dich auch aufholen? Hm? Ach, Quatsch. Jetzt. Ich bin schon gewundert, warum der da was angezeigt hat. Ist ja cool. Was bist du denn da hinten? Was Großes? Was Großes? Was habe ich denn eigentlich für... Nein, das ist immer noch nicht das Level. Was habe ich denn für ein Level? Bei 16. Das heißt... Ich habe mich extra mal nachgeguckt, was die Strahle bedeuten. Weiß 3 und grün 15. Ist das ein weißer Strahl oder ist das ein... Das sah aber vorhin anders aus, ne? Weiß und grün durfte ich mir vernaschen. Aber da sollte ich dann... vorher bestimmt auch noch... das Zeugs wegpacken. Oder zumindest auch bauen. Ne, das sieht noch epic aus. Nach Lilla. Das ist Lilla. Dann... Hubs mal hier hoch. Nehmen wir hier... ein Steckholz raus. Krafte-Belz. Ganze... Zweikundig bauen. Weil mir jetzt... Das Wut fehlt. Aha. Na ja, dann... Gut, jawoll. Ne? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Doch, ist da wirklich Bäume? Das gibt es ja gar nicht. Und ich sollte... Oh, jetzt sieht man es immer mehr, ne? Das schwenkt von Lila zu... zu Weiß. Kräfte-Belz. Wo haben wir denn... Oh, Standing Torch. Darf ich? Die kannst du gleich mitbauen. Ich hätte nämlich gern auch noch ein paar Spächer. Standing Torch. Die würde ich auf jeden Fall mal probieren können. Verstehst du? Damit ich mich nicht so... immer verlaufe und so. Nein? Achso, mit Scrollen ging ja hier nicht. Haha. Genau, stell mal hier hin. Und? Neen. Lass mich... Ich wollte gerade sagen... Die hat ein Inventar... und die kann ich genauso abfuckern, oder? Acht Slots. Damit die ewig brennt, oder was? Quatsch. Na? Du, ich würde es mir an deiner Stelle überlegen. War ich da vorne nicht erst? Habe ich die nicht gerade erst weggemacht? Igal. Nicht drüber nachdenken. Erstmal ein paar Bärchen. Und... Ach nee, komm hier. Nimm mal die. Kölnen Bärchen. Nimm mal die. Und... Aha. So. Ne, machen wir wieder aus. Und wir gehen Holz holen. Denn die Dinger kann ich dann auch hier oben drauf machen. Und da hinten... Ach, da hinten wollte ich doch... Die Kiste leeren. Und... Genau. Die Kiste versetzen. Damit ich dann... Hier die Wendetrippe reinbauen kann. Dann erst mal wieder Holz hacken. Denn den Stack hier, den möchte ich drinne lassen. Als Notration, verstehst du? Könnte man die nicht auch auf 200 stacken? Nein, könnte man nicht. Aber da kann ich wenigstens 100... Fetsch. Wir müssen es gleich mit hier reinpacken. Zum Fiber, Fiber! Aber Fiber brauche ich damit schon mal nicht sammeln. Sondern nur noch Holz. Lauf, Hoshi, lauf! Wir gehen Holz hacken. Holz, hatte ich doch gesagt. Noch mehr Holz. Aber wir haben jetzt zum Glück alles dabei. Also wenn ich hier fertig bin, steht wahrscheinlich nichts mehr, ne? Und da unten eine kleine Hütte. Hä? Komm, nimm... Ich hab's doch gehört. Hat doch schon Tapp-Tapp gemacht. Im Hintergrund. Und wo liegt's jetzt? Was? Weg oder was? Nein. Ich will kurz runter. Konntest du nicht mal Fleisch wegnehmen hier? Jetzt. Und vor allem das ist ja nicht mal das Fleisch. Sondern... Das Halt. Das Leder. Ballerst du da in irgendwas rum? Ne, ne? Du hast dich nicht mit irgendwem. Ich krieg' Angst. Was kostet denn eigentlich... Nein, immer noch nicht. Was kostet denn so eine... Kiste? Storage-Box. Genau. Da kannst du die gleich mal da hinpacken. Und... Ja, wo packen wir die denn dann hin? Damit sie nicht stört. Hier hin. Hab ich die jetzt hingesetzt? Auf der 5. Genau. Ey, komm ich da von der Seite ran? Ja, wenn ich dann die anderen daneben packe, komm ich immer noch ran. Richtig. Dann kann ich den... Kladderradatsch hier rausnehmen. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ja, das geht natürlich mit... Mauskurzeln einfacher. Äh, Mauskurzeln. Genau. Blödmann. Schuhe, komm. Mach kaputt. Was? Ich wiege zu viel. Ja, nicht. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Flint. Schöpft nur die Hälfte drüber. Das kannst du auch mal essen. Ich hab schon wieder kein Wasser mehr. Nein. Die Steine bringst du rüber. Das Metall bringst du rüber. Stimberry. Stimberry. Kann man nicht vorne ausdecken. Ach, Mann. Das rüber und das rüber. Und das auch rüber. Und nüber. Fleisch sollten wir auch gleich mal wieder garen. Put mal in das Feuer. Genau. Was? Naja. Schwachsinnig. Weiß aber. Ach, in der Zeit könnte ich auch mal Wasser holen. Wieso ist das schon wieder so wenig Wasser? Naja, dann komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Mir ist, mhm. Mir ist immer was anderes. Mal kalt, mal warm. Mann, 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 Mann. Für ein Überlebende bist du nicht gerade sportlich, ne? Lass mich mal reingucken. Du bist doch schon längst fertig, richtig. Aber was ich jetzt drin bin, ist ein Stack voll, sowas. Das ist ja sonst Zustände. Was habe ich denn jetzt anwählt? Angewicht sozusagen 125. Wo kommt denn das alles her? Ich muss doch jetzt was ganz Starkes einstecken haben. Ach so, ja, hier 7, ja, 17, 24, 30, 40, 45. Ja. Ach, ja. Auch viel zu viele Steine einstecken. Habe ich ja nicht schon ein 100er Stack reingepackt, Tatsache. Dann packst du hier nochmal ein 100er Stack dazu. Und schon sieht das wieder ganz anders aus mit 76. Dann kannst du aber auch hier noch an den Bärchen rumnagen. Dann werde ich doch bestimmt immer wieder und so holen müssen. Und ja, was? Hier würde ich zumachen, genau. Wieder in die bekannte Richtung drehen. Ach ne, jetzt gucken wir mal da hin. Denn wir sind schon wieder über die 20 Minuten hinaus. Ich bedanke mich für eure Geduld. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder zu meinem, unserem Let's Play ARK. Survival Evolved. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssi Kowski.